Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer im Stream, es ist soweit Nummer 71 von unserem Podcast Buff, Crit, Loot von Brack.ch. Das fängt genau jetzt an. Wir haben wieder sehr viele spannende Themen für euch. Unter anderem haben wir diese Themen, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, ich muss nochmal schnell schauen. Ich habe gedacht, wie lange Wortschneiden heisst, Freie am Rennen. Kommt zum Punkt, Bro. Wir machen den noch einmal. Ich lasse es absichtlich dann. Nein. Mal. Stopp. Gut. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Buff, Crit, Loot, Episode 71 von Brack.ch. Wir warten euch auf mit Themen wie der neue Netflix-Serie von Avatar mit dem Elden Ring. DLC, die rauskommt mit, Steffi, sagst es mir, Rockstar Games, die auf heftige Crunch-Seiten zuläuft und mit ein bisschen Loot für euch am Ende, was ihr dann auch so an Neues an Games gönnen könnt. Ich hoffe, ihr habt ja nichts vergessen. Liebe Co-Moderatorin Steffi, bist du da? Sägen Sie Hallo. Säli. Ja, ich bin da. Ich bin oben. Hoi. Hoi zusammen. Hoi Nico. Hoi. Ja, es ist Mittwoch. Wir merken, es ist Mittwoch. Es ist nicht Manti. Ausnahmsweise mal. Ähm, ich bin tatsächlich nicht hundertprozentig fit, aber Manti bin ich wirklich am Rande. Manti hat es schrecklich ausgesehen. Achso, du siehst natürlich normalerweise gut aus, aber du hattest halt auch Geringer und hast müde ausgesehen. Du hast mich gar nicht gesehen, Manti. Hör jetzt mal auf. Du hast mir das beschrieben, das hat gelangt. Ja. Ähm, also eben. Ähm, auch Geringer sowieso zu meiner Grundausstattung. Das weiss jeder, der mich kennt. Ähm, das Ding ist, ich habe wirklich am Manti, habe ich mich nicht ready gefühlt für das Streamen, weil mir ist wirklich nicht sehr gut gegangen. Ich hatte ein heftiges Wochenende, ausserdem habe ich das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen angesteckt bei Leuten, die um mich herum sind krank gewesen. Und, äh, deswegen haben wir den ganzen Podcast verschoben. Aber ich bin sehr froh, dass wir ihn verschoben haben, weil jetzt kann ich wieder mit neuem Elan in das gute Format hineinstecken. Ich freue mich sehr, Steffi, ähm, eine weitere Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Yes. Ja, vielleicht noch an dieser Stelle muss man auch sagen, das vergisst man auch, aber wenn man so eineinhalb bis zwei Stunden lang streamt und eineinhalb bis zwei Stunden lang, ähm, aufnimmt oder halt eben einen einstündigen Podcast, äh, muss einsprechen. Auch wenn man zu zweit ist, das ist sehr anstrengend, das vergisst man manchmal. Und man muss ja gleich auch sehr präsent sein, fokussiert, an mancher zuhören. Äh, und, äh, wenn man da nicht fit ist, dann ist es sicher auch mehr lieber, wenn man da nachher auf sich selber schaut und verschiebt. Ich denke, es würde Sinn machen, auf jeden Fall, ähm, wenn man das auch dir einfach in eurem Leben macht, wenn ihr euch nicht gut fühlt, verschiebt das Zeug, ähm, macht es am anderen Tag, es ist besser so. Genau, darum kommt jetzt diese Woche der Podcast, ein bisschen später, aber das ist nicht so tragisch. Nein, überhaupt nicht. Das Thema ist ja trotzdem spannend. Das Thema ist trotzdem spannend und ich würde sagen, wir fliegen gleich ins Erste hinein. Oh yes. Und, äh, Steffi, du kannst gleich übernehmen. Oder schweben wir. Schweben mit dem, ich weiß nicht, wie das Teil heißt, das ist eigentlich mehr so ein Delta-Flüger-Stab. Aha, ja, ich weiss es nicht. Es geht natürlich um Avatar. So sieht es aus, genau. Netflix hat es mal wieder gemacht. Sie haben, ähm, sie haben ein Comic verfilmt. Ähm, ja. Also, das letzte grosse Ding, das sie verfilmt haben, was sie eine Live-Action-Serie gemacht haben, ist ja One Piece gewesen. Und zwar, also recht erfolgreich. Ähm, Nico, du hast schon One Piece geschaut, nicht auf Netflix. Ja, wir haben ja lange darüber diskutiert. Wir haben ja sehr, unsere Männer sind sehr auseinandergegangen. Das stimmt. Exakt. Ja, extrem. Aber hier gehen sie nicht auseinander? Hier gehen sie tatsächlich nicht so auseinander, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, wirklich, Avatar ist noch besser als One Piece. Also, optisch ist es ein Meisterwerk. Ah, also schon allein von der Optik habe ich mich schwer in Avatar, in die Netflix-Serie verliebt. Sie ist wirklich grandios. Ja. Also, ich hatte wirklich zwei, drei, ähm, zwei, drei Momente, wo Nostalgie richtig kickte. Ich hatte so die Tränen in den Augen, da dachte ich mir wirklich, oh mein Gott, das ist toll. Also, ich muss sagen, nach wie vor, also es ist bei der, ähm, beim Cartoon ist es schon so gewesen, aber ich habe den Sokka eigentlich immer mega cool gefunden. Nico, kannst du bitte aufhören? Ja, es ist eine schwere Lüge. Entschuldigung. Nicht gut etwas geschrieben an meine Tastatur fühlt sich gut. Danke hier an Racer für die Tastatur, die unglaublich kleines ist. Merci. Ich habe den Sokka schon immer mega, mega cool gefunden. Ähm, einfach, äh, nein, jetzt hat es mich verwirrt. Ich habe den Sokka schon immer mega cool gefunden, wo er meiner Meinung nach einen mega Journey durchmacht. Also, die grösste, also, die grösste, die grösste Charakter-Journey, die grösste Charakter-Entwicklung durchmacht. Der Sokka ist ja der, der am Anfang der Aang, also der Avatar, jagt. Der macht wirklich brutal Jagd auf ihn. Das ist so, der hat sich wirklich so dem verschworen, so seine Lebensaufgabe. Ich will jetzt nicht spoilern und sagen, warum, für die, die es noch nicht gesehen haben. Aber, ähm, es ist... Mega toll, einfach zu sehen, schon im Cartoon, was für einen Wandel, das er durchmacht. Und ich finde, das haben sie in der Netflix-Adaption richtig, richtig gut herbekommen. Also, mir hat zum Teil wirklich... Ja, wirklich, mein Herz hat wehgetan, als ich das so mitbekommen habe. Also, es ist so schön umgesetzt, wirklich. Und? Ja, ja. Und der Sokka, der Bruder von Katara, er, finde ich... Der macht auch so eine, nicht ganz so eine krasse Journey wie im originalen, im Cartoon, wo im Cartoon ist er ja am Anfang ultra sexistisch. Kannst du dich noch erinnern? Ja, er ist wirklich richtig sexistisch. Also, was soll ich so was sagen? Ah, musst du mich erinnern? Also, im Cartoon ist er wirklich sofort in der Meinung, so böh, Frauen sind jetzt für das Kämpfen da, die dürfen nur heilen und so. Also, eigentlich so ein bisschen wie der, also sie sind ja der nördliche Wasserstamm und sie sind, also er hat so ein bisschen die gleiche Meinung wie der nördliche, äh, ja, der nördliche Wasserstamm. Wo sie ja nachher am Schluss vorerst der Staffel sind und, ähm, und ja, das, äh, das haben sie ein bisschen reduziert, äh, in der Netflix-Adaption. Ja, weil es, ähm, einerseits gut ist, andererseits, ähm, natürlich, ja, mit den, äh, mit den Kriegerinnen, wie heissen die, ähm, die mit der Bemalung im Gesicht. Ja, das ist eine gute Frage, ich weiss jetzt auch gerade nicht mehr, ähm, aber ich weiss genau, welche du meinst. Die, die sie dann, äh, in diesem Dorf treffen. Ja, weil dort, in diesem Dorf, macht er dann eben so einen krassen Wandel durch, wo man wirklich so, wo shitfroh, kann er richtig gut kämpfen. Ja. True. True, das stimmt. Und das ist jetzt natürlich in der Netflix-Adaption nicht so wirklich, äh, machbar gewesen, natürlich. Ja, ja, genau, es wäre auch auch problematisch gewesen, das war von Anfang an, ja, ja. Also so, so, so summa summarum, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du es so umgesetzt? Hey, ich finde, es ist, äh, es ist abnormal gut umgesetzt. Also, ich meine, wenn es eine Serie schafft, und es hat sie wirklich geschafft in den ersten paar, also ich bin auch gerade festgesetzt gewesen in den ersten paar Folgen, hat sie es wirklich geschafft, mir dieses Nostalgie-Gefühl zurückzugeben. Mhm. Ähm. Ähm, von der, ich habe ja die Serie auch geschaut und ich habe so verdammt gefeiert, ich weiss es noch, back in the days. Mhm, voll. Ähm, und es hat mir das, ähm, Nostalgie-Feeling zurückgegeben. Und ich habe wie gefunden, ja, wenn das eine Serie schafft, dann ist es für die heutige Zeit wirklich etwas gut. Also, seien wir ehrlich, wir werden immer weniger beeindruckt von Sachen, die rauskommen. Ich meine, seien es Games, seien es Serien, wir haben einen riesige hohen Anspruch. Vor allem ich, eben, das hat man ja zum Beispiel auch gesehen bei der One-Piece-Serie, wo alle abgefeiert haben, ich weniger. Mhm. Aber hier kann ich nichts, ich kann nichts dagegen sagen, es gibt sicher zwei, drei Sachen, wo ich fand, ja, okay, ja, es gibt immer zwei, drei Sachen, wo man so denkt, ja, okay, jetzt hätte man anders darstellen oder so, aber, aber die kleine, minime Sachen, die mich nicht gestört haben. Und sonst ist es einfach wirklich wunderschön umgesetzt. Ähm, die Charaktere haben sie mega gut, ähm, ja, sie hat einfach mega gut übernommen. Ja, ich bin so ein Fan von Iro. Iro ist er, glaube ich, oder der Onkel von Sukho. Ich finde die zwei einfach ein wunderbares Duo. Die sind so der Hammer, ja. Ja, und es ist auch gut, weil sie eigentlich, wie soll ich sagen, die Bösen wichtigen. Mhm. Aber halt gleich irgendwie auch nicht. Ja, voll. Du hast ihn dann gleich entwickelt, ist so wie eine Sympathie für sie. Voll. Fast ihn anfangen zu verstehen. Und er ist sowieso, also der Onkel ist sowieso nie böse. Nein, nein. Ausser, also man, 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 man hört immer, wie seine, ich glaube sie nennen ja der grosse Drache oder so. Irgendwann. Ja. Aber das, das, das zeugt nur so ein bisschen davon, dass er mal, also, dass er böse kann werden oder böse kann sein. Und irgendwann sieht man ja, glaube ich auch, dann sieht man ihn ab und so, so ein bisschen Feuerbändigen. Aber sonst ist er immer sehr, sehr bodenständig und nett eigentlich. Voll. Ey, jetzt habe ich mich verdrückt. Sorry. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ist alles auf dem Podcast drauf. Nein, ist es nicht. Ich habe mich gemutet. Hey, ich bin völlig bei dir. Ich muss zwar sagen, also ich finde auch der Cast wirklich gut gelungen. Ausser, zwei Charaktere stören mich. Und zwar, einerseits, ich finde Katara nicht so wahnsinnig gelungen leider. Und was mich auch stört, ist, dass sie oder Sokka sind ja eigentlich Geschwistertein. Ja. Du lachst immer auf meine Stimme. Ja. Du lachst immer auf meine Stimme. Ja. Das finde ich irgendwie so ein bisschen weird. Aber ja, das ist jetzt nebensächlich. Ich finde, die Mimiken von Katara, also von Schauspielerinnen, sind so ein bisschen eingefroren. Ich finde sie nicht so überzeugend, muss ich zugeben, wie die anderen. Und wenn mich aber noch sehr viel mehr stört, ist die Azula. Sie hat so ein Babyface, ich kann die Frau nicht ernst nehmen. Das tut mir so leid. Ja, aber ist das nicht auch so im... Nein. Sie hat ein mega spitzes Gesicht. Meiner Schlange. Ja. Und in der Netflix-Adaption hat sie aber so ein richtig rundes Babyface. Und ich kann es auch nicht ernst nehmen, dass es mir schon fast leid tut. Ja. Ja. Okay. Ja, 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 ja. Ich muss schnell nachschauen, wie es in der Serie aussieht. Ja. To be fair. Ja. Ja. Ja, ich weiss es, der Mensch. Man hat es vielleicht ein wenig... Aber... Ihre Haare machen mir das Gesicht doch schmaler. Also in vielen Orten sehe ich jetzt hier beim... Ähm... Wenn ich sie nachschauen gehe, sie hat schon eher ein breiteres Gesicht im Fall. Also ich glaube, es ist... Ja, sie hat sich vielleicht ein wenig übertan mit der Auswahl von... Ja, von den Schauspielern dort. Aber... Miri stört es jetzt nicht so. Okay. Ich finde einfach so... Tazula ist für mich so eine hinterhaltige Schlange. Also wirklich so ein... Wort mit B. Und dann kommt so ein Meiji mit so Babyface. Das hat für mich einfach... Mir nicht gepasst. Ja, das habe ich ein wenig schade gefunden. Ja, das habe ich ein wenig schade gefunden. Was lustigerweise auch gekritisiert worden ist, ist... Die schauspielerische Leistung vom Aang. Also vom Schauspieler vom Aang. Aber die habe ich den Hammer gefunden. Der ist ja sehr jung. Also der Aang ist ja eigentlich elf oder so. Und... Also nicht der Schauspieler, sondern wirklich der Aang. Und ich habe einfach gefunden, der hat das immer mega solid gemacht. Also... Da kann man echt nichts dagegen sagen, ja. Unglaublich. Unglaublich solid. Also ich glaube... Erst gerade noch ein Reel gesehen auf Insta, wo er eingeladen ist bei dieser Talkshow. Der... Der... Ähm... Nicht Jimmy Kimmel, aber... Aber... Der andere Dude, den man richtig gut kennt. Und dort haben sie ihn eingeladen. Und äh... Haben ihm... So einen Stock gegeben. Und ich habe ihm gesagt, hey, hier... Mach ein paar von deinen Tricks doch, wenn du den kannst. Krass. Und der Dude kann wirklich so Chaolin-Mönch-mässig rumkumpeln und mit dem Stock... Ja, das hat er sicher gelernt, ja. Das ist richtig sick. Also das ist... Krass, ey. Mega beeindruckend, wirklich. Hey, nein, er hat Jahrgang 2009. Ja, nein. Hör mir auf, bitte. So cute! Der ist 15, Mann. Jöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich denke jetzt mal, für jemanden, der das nicht kennt, ist egal. Es wären gute Serien für jemanden, die es so dargestellt hat, dass man gar nicht die Serie kennen muss. Aber natürlich ... Also, okay, etwas, was mich noch stört. Das war aber bei Nickelodeon-Cartoon genau gleich. Das haben sie bei der Netflix-Adaption auch nicht gut herbekommen. Aber das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Es hat mir zu wenig roten Faden am Anfang, so in den ersten, ein, zwei Episoden. Okay. Sie sind so plötzlich da, dann sind sie plötzlich da, und dann sind sie plötzlich dort und dann plötzlich da. So, als würden sie innerhalb von einem Tag, von Kontinent zu Kontinent reisen. Und da denke ich mir einfach so ... Hä? Weisst du ... Du hast so das Gefühl, es vergeht gerade mal so fünf, sechs Tage, oder so, in der ersten Staffel. Weisst du, was der Mensch ... Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also, da fällt mir so der Zusammenhang, irgendwie. Ich habe mir halt ... Also, weisst du, du musst dir Folgendes vorstellen. Ich meine, es gibt ja immer eben den Abtreib-Film, nachher gibt es den Director's Cut, und nachher gibt es nochmal den Cut für Netflix oder die Serie. Und, ähm ... Hier ist halt ganz klar ... Ähm ... Oder für mich ist es klar, dass es auch viel mehr Szenen hat gegeben, bei gewissen Sachen. Man hat vielleicht sogar auch Abtreib gehabt, wie sie reisen oder so, aber dass man sie eigentlich kürzen musste. Ich kann mir darum vorstellen, dass ... Ja gut, das ... Ja, ich meine, das ist ja nicht spannend, wie sie reisen. Das ist ja nicht interessant. Die fliegen ja da auf dem ... Ähm ... Wie heisst der Appa? Fliegen sie einfach in ihrer Geschichte rum. Also ... Ich denke nicht, dass das interessant ist, zum ... zum ... Aber ... Nein, es ist halt wirklich ... Ich habe wirklich ... Mir ist es etwas erhofft, dass man etwas mehr mitbekommt, dass da auch etwas Zeit vergeht. Mhm. Weil, also das Ding ist ... Ähm ... Kannst du dich erinnern ... an die erste Staffel vom Cartoon? Hast du dich geschaut? Ja, natürlich. Also ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Aber ich glaube, das letzte Mal nicht geschaut, das war eigentlich Legend of Korra. Ähm ... Und gar nicht Avatar. Wo das Ding ist, wo sie ja ... Als allererstes, nachdem sie ... Also nachdem der Aang aus der Eiskugel ausgebrochen ist, gehen sie ja zurück zum südlichen Windtempel. Mhm. Also das ist ja in ihrer Verfilmung auch so. Und ... Mhm. Und dann rastet er ja aus und kommt in den Avatar-Modus zum ersten Mal. Das stimmt, ja. Aber das ist ja, glaube ich, hier in der Serie ... Also das ist ... Du sagst jetzt von der Serie ... Ja, das ist bei beiden so. Das ist bei beiden so. Gut, das ist bei beiden so. Okay, gut. Und Katara ... Ähm ... Ähm ... Sie ist ja die, die es schafft, den Aang wieder aus dem Avatar-Modus rauszuholen. Mhm. Und im Cartoon ... Ähm ... Sagt sie etwas, was sehr familiär ist. Und dann haben sie sich aber noch so kurz erst gekannt, dass sie das in der Netflix-Serie eben nicht übernommen haben, wo sie echt der Meinung waren, so hey ... Die haben sich gerade mal so zwei, drei Tage gekannt, da kannst du schon nicht so wie Familie rüberkommen. Ja ... Und darum haben sie das gegen die Hände verschoben. Und erst, glaube ich, genau in allerletzten Netflix-Episode kommt es dann erst. Ah, okay, okay. Weil es dann eben auch zu schnell gegangen ist. Ja. Ja, eben. Da musst du eben ... Ja. Mhm. Da musst du auch ein bisschen spielen mit dem ... Also musst du ein bisschen die Freiheit haben, zu spielen mit dem Zeug. Du hast auch trotzdem eine beschränkte Anzahl an Folgen. Also ich meine, es wird fix eine Fortsetzung geben, das ist klar. Ja. Die Story geht ja ... Ich kann mich ewig erinnern, ich weiß gar nicht wie viele Staffeln, die es hatte. Ja, genug. Ich weiss es auch nicht mehr, aber genug. Ja. Ja, ja. Und es wird ja wirklich immer besser auch. Ja, eben. Und ich muss sagen, die Serie ist ja auch wahnsinnig gut angelaufen. Ich glaube sogar noch besser als One Piece tatsächlich. Also es haben noch mehr Leute gesehen. Und gut, aber da muss ich sagen, One Piece ist ein Anime aus Japan. Und ein Avatar, also The Last Airbender, ist ein Nickelodeon Cartoon aus Amerika. Ja, das stimmt. Und der ist natürlich schon mal ein bisschen grösser. Und ich denke, der Hype war schon ein bisschen grösser im Vorfeld und so weiter. Obwohl viele Leute auch sagen, Avatar sei ein Anime. Ähm, was aber ... Ja, ich weiss, das kann ich auch oft, aber es ist ein Cartoon. Ja. Aber ja, Anime, Cartoon, ja, ist auch einfach eine Frage der Kultur, aber soma soma. Also unter dem Strich ist es eigentlich das Gleiche, sind wir ehrlich. Ja, Anime heisst halt eigentlich animierte Bilder, animierte Filme. Ja. Ähm. Es ist nicht genau gleich Stil, aber es ist sicher auch das Angelenme. Und man sieht ja auch in der ganzen Serie kommen ja auch immer wieder die japanischen Zeichen vor. Die ... Sie spielen ja auch mit dem ganz Asiatischen. Völlig. Spielen sie ja die ganze Zeit eigentlich auch. Und von dem her ... Ja. Also man kann es nennen, wie man es will, was auf jeden Fall sicher heraussticht, ist, dass es eine Netflix-Produktion ist, die wirklich wieder mal zeigt, dass es halt eben wirklich auch noch gute Umsetzungen gibt, ähm, von, ja, von animierten Serien, die mega berühmt waren. Und ähm, die Reaktivierung von den Erinnerungen und das Nostalgie-Feeling, das haben sie halt wirklich hergebracht. Und an dieser Stelle muss man aber vielleicht auch noch mal sagen, also es ist keine Kinderserie, he? Das ist also wirklich keine Kinderserie. Die Story ist heavy. Das stimmt, ja. Also es ist schon dementsprechend brutal. Am Anfang sterben auch recht viele Leute. Ähm. Das ist nochmal auch der Punkt. Der Völkermord eigentlich, gell? Der wird ja im Cartoon nicht gezeigt. Aber in einer Netflix-Serie schon. Ja, und weisst du, was ich mir dann noch überlegt habe? Mhm. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen, es ist ja auch ein bisschen gesellschaftskritisch im Sinne von, ähm, ich würde sogar sagen, in der Gegend spielte es vielleicht sogar ein bisschen auf das Mao-Zeitalter an, wo die ganzen Mönche in... Ich will ja lügen. Tibet. Oh, ich glaube... Also Tibet wurde ja von China extrem unterdrückt. Nein. Ja, genau, genau, genau. Genau. Und alle Mönche sind ja auch umgebracht worden, wo Mao Zedong war, ähm, ähm, das weiss ich nicht. Doch, doch. Krass. Er hat alle Mönche umgebracht, wo er gesagt hat, ich will alles, was an alte Zeiten erinnert, oder, ähm, Vergangenheit erinnert, oder Traditionen erinnert, die sie zerstören. Jetzt ist die neue Zeit. Weiss ich. Okay, heftig. Und, ähm, ist es, glaube ich, bis heute auch so, dass die unterdrückt werden? Okay. Oder einfach nicht so viel, ähm, zu sagen haben in China. Also, gut, also in Tibet... Tibet wird garantiert immer noch unterdrückt, ja. Das ist ja so. Aber ob sie immer noch umgebracht werden, das wüsste ich jetzt nicht. Nein, nein, das nicht, das nicht. Nein, nein, also... Ja, also... Gut, you're never low. Ich meine, über das müssen wir jetzt echt nicht reden. Nein, nein, nein. Weil sonst können wir dann auf einem Thema... Ja, ja. Sonst müssten wir das Thema Igura anschneiden und dann wird das Ganze schmutzig. Ja, ja. Schmutzig. Sonst lassen wir es sein. Mhm. Aber ich hatte einfach das Gefühl, vielleicht hätte es, weisst du, vielleicht ist das halt wirklich auch gesellschaftskritisch etwas, das schnell einfach das thematisieren soll. Oh, weisst du? Ja, das kann sehr gut sein, ja. Das habe ich mir ein bisschen überlegt, genau. Und umso besser finde ich eigentlich die ganze Story. Also, ja, viele Animes und sind wir ehrlich, auch viele Cartoons sind ja eigentlich sehr gesellschaftskritisch. Genau, ja. Aber ja, Avatar, Netflix, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut, jetzt zieht es euch rein. Es ist wirklich richtig grandios. Das ist wirklich gut, ja. Also, schaut vor allem wirklich. Also, es ist nicht so eine Serie, wo man so nebenbei schauen sollte, sondern es ist wirklich so ein Schauen, wirklich, wo es ist crazy genial einfach auch umgesetzt. So, so schön. Da kann ich nur zustimmen. Ja. Gut. Also, jetzt haben wir lange über den, über Anime, also ja, über Filmung gesprochen. Cartoon-Verfilmung. Nein, aber das ist schon gut. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu Gaming. Wir haben ja gewusst. den neuen Elden Ring Shadow of the Earth 3 DLC. So wie alle hier im Chat und im Podcast wissen, habe ich natürlich Elden Ring 2 oder 3 Mal durchgespielt. nicht. Ähm, trotzdem freue ich mich auf das DLC. Und zwar, ähm, ja, ist mit einem sehr, sehr coolen Trailer angekündigt worden. Äh, was wird bei Inhalten respektive, ähm, wer dort die Hauptrolle spielen wird. Und es ist ein neuer End-Boss aufgeteckt worden. Der heisst Mesmer, The Impaler. Jetzt ist es so. Steffi, was würdest du sagen, was heisst The Impaler übersetzt? Übersetzt. Äh, keine Ahnung. Ja, ohne dass du es googlen kannst. Ich google es nicht, ich bin nur so, ich überlege, äh, Impale, keine Ahnung, was das soll. Also zu Impale heisst, heisst, ich gebe dir einen Tipp. Ja, Ah ja. Gut. Ich habe nämlich das Gefühl, wir haben eine Verbindung verloren. Nein. Ah, jetzt sind wir wieder da. Okay, ja. Äh, nein, nein, es ist, ja. Ja. Ich hatte das Gefühl, das Signal sei weg. Ich hatte das Gefühl, das Signal sei kurz weg gewesen. Kein Problem. Ähm, Hallo, da sind wir wieder. Gut. Genau. Und, ähm, einfach das, um schnell so einen kleinen geschichtlichen Ausflug zu machen, Flati Impaler, Graf Dracula, die Story von diesem Vampir ist aus dem, aus der geschichtlichen Person, äh, entstanden, weil, ähm, das war ein sehr grausamer Herrscher in tatsächlich Transsilvanien. Ähm, und man hat bei ihm, man hat ihm den Namen gegeben, die Impaler, also der, äh, äh, Fehler. Weil, er, die ganze türkische Armee quasi hat gescared, also quasi hat äh, verängstiget und die türkische Armee war riesig, also die Armee von den, äh, Ottomanen, oder die Muselmannen in dem Moment, war riesig und wollte eigentlich durch sein Land marschieren. Und was er gemacht hat, er hat irgendwie über 200 oder 300 Leute vor seinem Dorf, auf den Feldern, auf riesige Holzpfälle lassen. spiessen. Eigene Leute und auch Leute der türkischen Armee, es war ihm egal, wer, hauptsache einfach, mega viel, um quasi die Armee abzuschrecken. Und das hat funktioniert, sie sind, äh, so verängstiget gewesen, dass sie nicht durch seine Ländereien sind, ähm, gelaufen. Und dadurch hat er, nachher den Namen, Flad, Dracul, der Drache, den Pfähler bekommen. Und von der kommt Dracula, eigentlich, Dracul heisst eigentlich Drache. Okay. Ähm, Spann? Mist. Und der neue Endboss von, ähm, Shadow of the Earth Tree heisst eben auch The Impaler, aber Messmer The Impaler. Und seine Hauptwaffe ist auch eine riesige Speer. Er selber wird, ähm, umschlungen von einer Schlange mit zwei Köpfen, die aus seinem Körper rauswächst. Also durch seinen Körper durch. Und, äh, er kämpft auf jeden Fall mit Feuermagie. Ähm, das ist so viel kann man schon feststellen. Man sieht im neuen Trailer auch, was es alles für, äh, neue Abschnitte wird geben, ähm, und neue, äh, Gegner wird geben. Es sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, ja, ich weiss genau, der Hype ist riesig. Ähm, es ist bislang das grösste Story-DLC, den From Software je hat rausgegeben. Also das heisst, das heisst auch etwas. Es heisst, es ist ein DLC, aber es ist auch riesig. Ähm, es gibt ein riesiges neues Areal. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht kostenlos. Ich denke, also... Und meistens sind sie ja kostenlos, aber wenn es so gross ist, dann muss es ja fast etwas kosten. Holy shit. Also ich denke, es wäre auch, also da würde jetzt so niemand etwas sagen. Wenn es jetzt etwas kosten würde. Also wenn ich ganz ehrlich bin, für solche Zeug, ja, dann weiss man einfach, man zahlt für Qualität, oder? Ähm, genau. Es ist so, dass es ein riesiges neues Areal wird geben. Zehn neue Bossen und acht neue Waffentypen. also... Oha! Es klingt schon nach sehr viel coolem neuem Zeug. Ähm, der... Zudem ist die Progressionsmechanik, also wie man die Progression macht, neu im DLC. Ähm, und zwar haben sie dort diese Progressionsmechanik genutzt, die sie auch im Sekiro nutzen. Okay. Also die ähnlich ist wie im Sekiro. das heisst, man tut dort, nachdem man Bossen besiegt hat, tut man sogenannte Erinnerungen aufsammeln. Memories. Und die müssen nachher an Skulpturen geopfert werden, um die Angriffskraft dauerhaft zu erhöhen. Also, das ist äh, im... Sekiro Shadows Die Twice, wenn ich es dir sagen kann, ähm, ist ja auch ein From Software Spiel, wo, ich glaube so vor 3-4 Jahren rausgekommen und wo es vor allem mainly darum gegangen ist, also man hat im äh, alten Japan gespielt, man hat den Samurai gespielt und der grösste Unterschied zu den Souls, den anderen Souls-like ist gewesen, dass man halt sehr viel mit Parieren gekämpft hat. Nicht mit Ausweichen, sondern man hat Angriffe pariert und dann hat man zurückschlagen. Aber, was sie von dort übernommen ist jetzt die Progressionsmechanik. Äh, das ist soviel, soviel kann ich jetzt schon sagen. Ähm, das Internet ist natürlich wieder voll mit Lore-Videos, mit äh, Guessings, jeder ist sich mega am Freuen und Hyped. Äh, und ja, es wird gar nicht mehr so lange gehen, bis es rauskommt. Und ich muss jetzt hier auch ganz ehrlich sagen, äh, die wichtigste Info, ähm, ist natürlich auch hier, am 21. Juni, kommt es raus. Ähm, das ist mitten im Sommer. Ist das FromSoftware egal? Ja, ist es. Ja, zum Beispiel ist es egal. Äh, äh, stehe runter und einfach zocken. Genau. Fair. Kann man machen? Wir freuen uns extrem auf das DLC. Ja, sicher. Und ähm, ich glaube im Endeffekt, ja, das war die Info. Ähm, wir freuen, wir schauen mal, was weiterhin rauskommt. wir werden natürlich dort auf dem Laufenden halten. Ähm, und das kann man natürlich auch kritisch anschauen. Unbedingt. Was aber auch sehr kritisch ist, Steffi, ist, glaube ich, das nächste Thema, oder? Ah, definitiv, Nico. Ehm, also, sagen wir sie so. Ähm, es ist aus diversen Gründen kritisch. Ähm, es geht um Rockstar Games, kennen wir alle. Das sind die Macher von GTA, also von der GTA-Reihe. Ähm, die Entwickler. Dadurch muss man sagen, vielleicht schnell vorab, Rockstar Games hat etwa zehn Niederlassungen, zehn verschiedene Niederlassungen. Und bei einer Niederlassung, die im Moment GTA 6 entwickelt, geht es jetzt eben darum, dass sie zurück ins Office beordert werden. Also, fertig mit Homeoffice. Mhm. Ja. Ja. Und zwar, aus einem einfachen Grund, also einfach, hm. Also, das Studium, bzw. der Leiter des Studiums begründet das natürlich damit, dass GTA 6 jetzt langsam so gegen Entwicklungsschluss zugeht. Und man möchte natürlich dann auch, wenn das Game rauskommt, also nächstes Jahr rauskommen, dass es den Qualitätsanspruch, den man sich selber gestellt hat natürlich, also natürlich auch die Community und Fans erwarten, dass man ihnen gerecht wird. Und sie haben Schiss wegen der Secure, also wegen der Sicherheit, also wegen Leaks. Und dann muss man sagen, Ende letztes Jahr und schon das Jahr vorab, sind schon wahnsinnig viele Bildmaterialien und Sachen geleakt worden von GTA. Ah, ja. Also kann man neu sagen, es ist schon ein bisschen berechtigt. Ja, das stimmt. Aber trotzdem muss man sagen, ist es sehr, sehr uncool für alle Entwickler, die natürlich dort arbeiten und an diesem Spiel arbeiten. Es wird auch sehr, sehr stark kritisiert, die letzte Entscheidung von Rockstar. Halt aus dem Grund, wo man ihnen versprochen hat, dass man Homeoffice macht und dass man nicht zurück möchte in die Office-Politik, sage ich jetzt einmal. 18 Jahre. Also sie haben tatsächlich noch letztes Jahr gesagt, von wegen so, ja, so drei Tage im Office, aber sicher nicht mehr. Man will eigentlich nicht zurück. Man will nicht zurück in die fünf Tage im Office-Politik. Ja, das macht Sinn. Also ich verstehe es sehr gut. Ich meine, ich glaube, wenn es mit etwas oder was es sicher zu tun hat, dass sie das jetzt machen wollen, dann ist es einfach mit der Kontrolle, oder? Also wir müssen besser kontrollieren, dass die Leute das machen, was sie sollen und vielleicht hätten die Leute auch länger dort behalten. Also, ich glaube, es geht weniger um Kontrolle, was sie machen, sondern es geht mehr um Kontrolle, dass nichts geleakt werden kann, also dass sie halt nicht gehackt werden können. Okay, fair. Ja, das macht mehr Sinn. Ja, stimmt. Also ich glaube, es geht ihnen hauptsächlich um das. Aber es ist natürlich trotzdem scheisse, wenn man es gut so sagen, weil die Entwickler natürlich mit dem Homeoffice rechnen und vielfach halt auch darauf angewiesen sind und sie es auch ein bisschen als Rettungsleine für viele gesehen haben. Weil es geht zum Beispiel jetzt um Sachen wie, hey, es hat Entwickler, also Angestellte, die irgendwelche Krankheiten haben oder Behinderungen oder die Kinder zu Hause haben oder auch Care-Arbeit für Angehörige, die krank oder behindert sind. Sehr lange Arbeitswege, manchmal wohnen sie nicht einmal im gleichen Land. Ja, klar. Und zum Teil ist es halt auch, wenn man zu Hause ist, kann man sich schnell mal zu einem Meeting dazuschalten, wo der Rest des Meetings irgendwo noch in einem anderen Land sitzt mit x-Stunden-Verschiebung. Aber wenn du für das extra ins Büro musst und so, ist das natürlich auch blöd. Ja, also hundertprozentig. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, womit die Angestellten wirklich am meisten Probleme haben, ist, dass es nicht mit ihnen abgesprochen wurde. Beziehungsweise, dass man ihnen eigentlich gesagt hat, nein, nein, wir gehen nicht zurück zur Office-Policy. Ihr könnt weiterhin im Homeoffice bleiben. Und jetzt wollen sie es aber trotzdem durchsetzen, ohne es mit ihnen abzusprechen, ohne sie irgendwie zu involvieren in die Entscheidung, ohne sie zu fragen. Und das ist natürlich auch scheisse, oder? Also es ist effektiv so, es ist nicht einmal ein Tag im Homeoffice, sondern die Surfer werden abgestellt. Ja. Also wirklich, der Remote-Zugriff wird technisch gekappt. Sie haben keine Chance mehr, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ins Büro zu gehen. Ja, eben, ein bisschen Verständnis habe ich schon, vor allem, wenn sie schauen wollen, wegen den Leaks. Ähm. Ja. Ich meine, eben, ich glaube, die Verlockung ist halt dann gleich auch da, oder vielleicht ist die Verlockung halt auch da, und dann irgendwie etwas zu liken, wenn man eben von zu Hause aus arbeitet. Ja. Oder eben, dass man kackt wird, sind wir ehrlich. Oder dass man kackt wird, zu Hause wird sehr viel schneller kackt, als in einem Office. Da hast du halt gewisse Sicherheitsmassnahmen, die du zu Hause halt einfach nicht hast. Genau. Aber dann finde ich, ist es die Aufgabe eines Arbeitgebers, den Leuten zu sagen, hey, ähm, ja, wir machen das vor allem wegen dem, wir sorgen aber dafür, dass in der Zeit, in der ihr ins Office kommt, dir versorgt seid. Wir schauen, dass ihr alles habt, was ihr braucht. Wir müssen hier zusammen durch, wir müssen das als Team arbeiten, und dafür, wenn das Ganze geschafft ist und das Game draussen ist, dann lösen wir das dann wieder auf, dann ist alles wieder back to normal. Ich glaube, so etwas ist nicht kommuniziert worden, ja. Und das ist natürlich problematisch. Und das ist ein bisschen ein Fehler, oder? Völlig, völlig. Wenn du so kommunizieren kannst, dann stösst du auf mehr Verständnis. Ja, definitiv. Und das Ding ist halt, mega viele machen sich jetzt auch Sorgen wegen Crunch-Zeiten. Also, das, was du kurz angesprochen hast, mit den Leuten länger im Office behalten. Das Ding ist, Crunch-Zeiten ist etwas, das in der Game-Entwicklung sehr normal ist, leider Gottes. Sehr verpönt, aber leider sehr normal. Wenn ein Game auf einen Endspurt zugeht, dass man in den letzten Wochen oder sogar Monaten Crunch-Zeiten einlegt. Das heisst, dass man innerhalb, also über mehrere Wochen oder sogar Monate hinweg extrem krasse Arbeitsbedingungen plötzlich hat. also bis zu 100 Stunden pro Woche, wo einfach wirklich bam, 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 noch gearbeitet wird. Und das ist natürlich psychisch wie auch physisch extrem belastend und kann natürlich auch zu extremen Krankheiten führen. Das darf man dann auch nicht vergessen. Und ich glaube, was halt auch so schlimm ist, ist der Druck, wenn ich aussteige, dann wird man gekündigt. Oder wenn ich nicht bereit bin, da mitzumachen, dann wird man gekündigt. Oder? Und Rockstar Games und GTA sind doch Nämme, die du nicht einfach sagen willst, das ist mir nicht egal. Sondern die willst du in deinem Portfolio haben. Ganz ehrlich, als Game-Entwickler. Ja, das ist genau so. Und das ist halt eine Scheisse für Leute mit Familien, mit Angehörigen oder selber mit Krankheiten oder so, die einfach die Möglichkeit gar nicht wie haben. Ja. True. Das stimmt. Also, ich muss muss dort auch sagen, eben, es steckt viel Geld dahinter. Ähm, das ist wieder mal natürlich das Hauptthema. Ähm, ja. Im Endeffekt muss jeder eine Performance, egal in welcher, wie soll ich sagen, welche Stelle er bekleidet, dann muss er eine Performance für den Vorgesetzten und die haben ja Druck von den Investoren und die haben Druck von den, äh, sag nicht was. Es gibt mehr als genug Gründe, warum, dass es jetzt gemacht wird. Eben, ich glaube, dort wäre einfach Kommunikation oder ein bisschen menschlichere Kommunikation halt besser. Völlig, ja. Und das Ding ist halt, dass es funktioniert, ist im Fall bewiesen. Also, Bloomberg hat erst letztens einen Bericht herausgegeben, wo sie zusammengedreht haben, von ein paar grösseren Games, wo alle mehrheitlich im Homeoffice produziert wurden. Also, hast du zum Beispiel gewusst, dass, äh, Spider-Man 2 von Insomniac Games ist im Homeoffice, also komplett im Homeoffice produziert worden? Oder Star Wars Jedi Survivor. Dort durfte die Leute arbeiten, wo auch immer sie wollen. in der Ruhe. Also, zu Hause, aus dem Kaffee, aus den Ferien, im Büro, wo auch immer. Und, ähm, die Expansion von Cyberpunk, ähm, 2077, äh, also Phantom Liberty, ähm, also aus, aus Polen ist ja das, dort haben sie, so eine Office-First oder eine Remote-First, ähm, äh, Policy, sage ich jetzt mal. Also sie können wie wählen, was ist mir lieber. Du kannst sagen, ich wäre gerne Office-First, dann musst du einfach in, während 10 Tage im Monat musst du im Büro sein, das ist irgendwie zweimal pro Woche. Und du hast aber fixen Arbeitsplatz. Oder du sagst, nein, ich bin remote-First, das heisst, du musst gar nie ins, äh, ins Office gehen, aber wenn du gehst, dann hast du einfach einen flexiblen Arbeitsplatz. Ja, dann kannst du einfach, dort, wo es halt der frei ist, kannst du gleich hinsitzen. Ähm, Square Enix zum Beispiel, mit Final Fantasy 7, äh, nein, 6, Entschuldigung, oder auch Octopath Traveler 2, die, ähm, haben das auch so, also die haben auch komplett von zuhause ausgearbeitet. Und auch Bungie mit Destiny 2, die haben Digital First. Also, man merkt einfach, sorry, es funktioniert. oder? Ja. Ja, ja, natürlich. Aber eben, wie gesagt, also, für mich, der einzige Grund, und auch relevanter Grund, oder, äh, eben ein Grund, den wirklich, könnte ich verheben, ist der mit den Leaks, und der mit dem gehackt werden. Das verstehe ich. Aber dann, probieren das irgendwie, halt, zu vergüten. Weisst du, zum Beispiel, dass man sagt, hey, in dieser Zeit, ähm, werden zum Beispiel, auch über die Stunden werden ausgezahlt. Oder, die bekommen alle eine Woche mehr Ferien. Und, äh, wir schauen, dass der, ähm, in dieser Zeit zum Beispiel, einmal, äh, oder zweimal pro Woche ein Gratis-Zmittag bekommt. Irgendetwas, weisst du, den Leuten zu sagen, Ja, wir sind da. Wir wissen, wie es euch geht. Ja, aber das Ding ist, ganz ehrlich, hey, was will ich mit einem Gratis-Zmittagessen, wenn ich zuhause ein krankes Kind habe? Also mit Behinderung oder so zum Beispiel. Oder was, wenn meine Mutter, ähm, ähm, nicht mehr alleine in den Schlag kommt, und ich auf sie schauen muss, ja, und das besitze habe schön auf die Reihe bekommen mit dem Homeoffice, und jetzt plötzlich fällt meine Care-Arbeit weg. Was bringt mir das gerade ins Mittagessen? Weisst du? Ja, klar. Also, das ist halt so, das ist halt nicht richtig beschissen. Ja, klar. Aber, ja. Ja, das Ding ist halt, effektiv, ähm, es ist ein Traumjob für viele Game-Entwickler, und die, die meisten werden wahrscheinlich sagen, so, hey, wenn ich meinen Job jetzt nicht hier verlieren will, dann muss ich da spuren. Ja, klar. Und das ist halt da irgendwie, das ist halt da scheisse. Ja. Ja. Oder? Ich hoffe, es kommt gut für sie. Ja, ich hoffe so. Ja, und ich hoffe, im Endeffekt, ähm, warte gerne ein bisschen länger auf das GTS 6, wenn nicht irgendwelche drunter müssen. leiden. Also, ganz ehrlich. Ich meine, das Verschiebungen… Ganz ehrlich, sind doch mittlerweile schon fast… Oh, ich bin ein bisschen normal. Und eben, ganz ehrlich, 100 Stunden in der Woche, überlegt euch das mal. Ja. Hey, das ist mehr als das Doppelte. Das ist… Das ist mehr als… Mehr als zweieinhalb Mal so viel, wie wir arbeiten. Also, mit 100 Prozent. Wenn wir 42 Stunden, hey, das ist mehr als das Doppelte. Das ist so krank. Ja, das stimmt. Das ist crazy. Das sind… Das sind 16 Stunden pro Tag. Und dann musst du noch heim und zurückfahren ins… Nein, Entschuldigung. Uh-uh. Das ist crazy. Ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, hoffen wir in favour der Mitbebete am Schluss. Yes. Das Gebet geht raus. Ungefähr so. Genau. Genau, genau, genau. Ja, und dann wären wir aber mit den kritischen Themen auch schon durch. Mhm. Ähm. Und kommen zum… Loot. Oder? Ja. Absolut. Und dann haben wir zwei Games für euch rausgesucht. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Ganz ehrlich. Genau, genau. Ja, gut. Ausser das hat bei beiden Orten Pflanzen. Ja, gut. Wow. In welchem Game hat es schon keine Pflanzen? Vielleicht bei Portal oder so. Ähm. Es gibt viele Games, in denen es keine Pflanzen hat. Schon? Aber ich glaube, das kenne ich irgendwie. Ja. Tetris. Ja. Tetris. Aha, ja. Tetris. Ja. Ich spreche jetzt von so einem älteren Pixel-Game. Ich spreche von den neuen Spielen. Hallo? Ja, aber ich spreche von neuen Spielen. Neue Spiele. Neue Spiele. Moderne Spiele. Ähm. X… Wie heisst das Name? Mega Man? Bomberman? Neue Spiele, Nico. Aber ich erzähle. So. Welcome. To Paradise. Welcome. Welcome to Paradise. Genau. Welcome to Paradise. Welcome to Paradise. Geschrieben mit Z. Paradise. Mit Zombie. Genau. Dankeschön. Ja. Unglaublich. Ich kann euch das vorstellen, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten. Es ist einfach so, sie hat wirklich eine ganz seltene Art von Tourette. Und zwar muss sie einfach immer schon Zeug voraus reinschreien. Ähm. Aber ja, es ist ein Zombie-Game. Ähm. Und zwar lustigerweise entwickelt von Nakan. Ähm. Oh. Und wir haben dort, äh, einen kleinen Gem, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ja, der Trader kommt sehr lustig aus. Es sieht sehr lustig aus. Ähm. Ähm. Der Gronkh hat es gespielt. Ähm. Ihr kennt sicher den Streamer Gronkh. Die alte Legende. Ähm. Und das heisst für mich immer schon, wenn er das spielt, dass es ein Game ist, welcher sicher gut ist. Weil er erklärt das natürlich vorher ab, was für Games er spielt. Ähm. Und es ist ein Zombie-Game, aber es ist ein bisschen anders. Also, ähm. Man geht als Zombie-Jäger oder man geht in eine apokalyptische Welt auf die Jagd, äh, gegen Zombies. Aber es gibt einen kleinen, ähm, ähm, Hack hätte ich schon gesagt. Es ist nämlich ein Hack. Man kann Zombies hacken. Ähm. Das heisst, man kann sie übernehmen und sie haben dann so eine Antenne auf dem Kopf, wo man sie damit steuern kann. Und nachher gegen andere Zombies hetzen und, äh, seine Zombie-Armee so immer grösser machen und, äh, dirigieren. Und der Ansatz ist sehr lustig. Sehr lustig. Aber ich halte mich kurz. Es war der Wunsch, dass ich mich kurz halte. Darum, schaut es an. Welcome to Paradise bei uns im Shop. Yes. Also, ich musste sehr, sehr lachen. Der Humor ist, glaube ich, wirklich fantastisch. Ja. Also, ich bin wirklich kein Zombie-Game-Fan, aber das würde ich, glaube ich, sogar Ron ausprobieren. Das sieht wirklich witzig aus. Nice. Ja. Und das andere Spiel, das eben anders nicht könnte, also unterschiedlicher nicht könnte sein, das ist ein Cozy-Game. Ein Gartensimulator. Also, es ist wirklich Garden Life, ein Cozy Simulator. Nice. Und, ähm, da bist du wirklich, ähm, jemand, der sich um einen Garten kümmert. Also, es ist total, äh, also, ein vernachlässigter Garten, den du wieder auf den Vordermann bringen musst. die dir überlassen wird, sozusagen. Und, ähm, sehr, sehr cozy, ähm, mit einer kleinen, herzigen Story. Und, das denke ich wirklich, darum geht den Garten wieder schön zu machen. Ja. Also, ähm, gärtnern, neue Pflanzen, also jätten, und, und, neue Pflanzen pflanzen, und bewässern. Also, wirklich, more cozy geht, glaube ich, fast nicht. Ja. Das kann man an dieser Stelle sagen. Wäre etwas für dich, oder? Völlig, ja. Völlig, ja. Völlig. Also, muss ich sagen, ähm, muss ich, glaube ich, wirklich mal drauf schauen. Haha. Ich sehe mich schon. Bei schönstem Wetter von draussen, mich auch mit Garten kümmern, mich virtuell in den Garten. Haha. Ja, das, äh, das sehe ich auch. Also, jetzt nach dem, wie hat er geheißen, da der, äh, der Reinigungssimulator, äh, der, ah, ja, der, ähm, ähm, wie hat er geheißen? Säge. Powerwash, ne? Es sind so etwas, Powerwash Simulator, doch, Powerwash Simulator. Der war super, der hat auch Spass gemacht, ja. Aber, du kennst ja sicher auch Halsflipper. Ich glaube, es ist aber ähnlich. Ja, 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 genau. Ich glaube, es hat einen ähnlichen Touch und ähm, Halsflipper auch ganz gut. Ja. Ja, ja, ja. Sehr gut. Also, dann würde ich sagen, wir haben doch auf jeden Fall zwei Empfehlungen für, äh, unsere Zuhörer und Zuschauer, die sie ein bisschen holen können. Jetzt ist die Frage, seid ihr eher Team Zombie oder Team Blümli? Haha. Eben Team Blümli. Nicht gut Team Zombie. Alles klar. Yes. Ja gut, dann wären wir, ähm, am Schluss ankommen von heutiger Episode. Und ähm, dann würde ich sagen, dann geniesst ihr doch noch eure, eure restlichen Tage. Ohne Zombie sind wir viele Blümli hoffentlich. Und dann hören wir uns ein bisschen weniger als zwei Wochen wieder, wo dann sind wir dann nämlich wieder am Montag beziehungsweise am Dienstag am Start. Yes. Extra für euch, immer da, Steffi und ich. Wir wünschen einen wunder, wunderbaren Resten. Geniesst es, habt Sorge und bis bald. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.